Wie funktioniert die Post-Production bei einem YouTube-Video? Zuallererst kümmere ich mich darum, dass die Spuren entsprechend übereinander gelegt werden. Wir haben zwei Kameras gefilmt und dann müssen die beiden Spuren synchronisiert werden. Anschließend kümmere ich mich darum, dass die Farbe soweit stimmt, Color Grading, und dann lege ich die Impressionen drüber. Dann ist der Film runtergecutt auf die Länge, wie ich ihn gerne haben möchte und check das Ganze nochmal ab und gehe den Film noch einmal durch. Die Lautstärke nicht vergessen, da checken wir einfach, ob der Pegel soweit passt. Zwischendrin muss es natürlich einen Kaffee geben, ganz klar, ein schöner Espresso in dem Fall. Ich bin aktuell im Homeoffice und da gönne ich mir gefühlt am Tag einfach 8 Espresso. Ist das bei euch auch so? Eskaliert komplett. Nachdem alles eingefügt wurde, exportiere ich das Video entsprechend und kümmere mich während dem Export um die Gestaltung vom Video-Thumbnail. Und siehe da, das nächste Video ist fertig.